Jungs, machen sie so einen Mix von allem, ja. Yo, servus liebe Freunde, heute wieder mit einem neuen Video. Hau auf! Trier, Auswärtsspiel. Der hat mich herausgefordert, der Peach, Alter. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll, Digga. Der denkt, Messi ist besser als Ronaldo. Auf jeden Fall. DJ ist Philipp gemixt mit Tarek und ich hab's nicht ganz verstanden. Ich glaub, sie sind ein Pärchen geworden. Wir machen ein Duett-Duo. Wir fangen einfach mal an. Damit es fair ist, zieh ich meine Uhr aus auf Alhamdulillah. Dribb, machen wir noch ein. Okay, für die Kamera noch ein. Fang du an. Okay, los geht's. Seid ihr bereit? Ja. Seid ihr jetzt alle ruhig? Nein! Oh! Ah! Ich kenn das. Alle spielen das, aber ich kenn das. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nur, wie der Titel heißt. Ich glaub, Dings. Ich weiß nur den Titel. Drake und Christoph Martella. Puh, Allah! Wenn ich den... Der kennt Safety-Interpreten und ich den Titel, deswegen warte ich, bis der zuerst was sagt. Komm mal. Das ist andere bekannt. Ja, ja, ich weiß. Mir Corazón. Ich kenn das, Safety-Titel. Ja, ja, gut, gut. Nein, nein, ich versuch es. Ja, probier. Geh rein. Ich bring rein. Der heißt irgendwas mit Young, Alter. Ja. Ja, aber mehr weiß ich auch nicht. Nur für mich. Wir quitten, aber es ist doch Nice to meet you, ne? Ja. Von Young irgendwas und Baby Kim oder so. Young Mesh macht die Airways. Young Mesh macht die Airways. Ja. 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 Ich hab das früher, 2004 mal gemacht. Oh, ich hab den Titel vergessen, Digga. Ich hab den Titel vergessen, Digga. Ja, ja, ja. Ich hab den Titel vergessen, Digga. Ich hätte fast Dirt on my shoulders gesagt. Ja, Mann. Los geht's. Nächster. Mull, mull. Weiter geht's. Du bist Boss vom Kollegah. Schack. Sehr schön. Pitch, Alter. Wer bist du, wer bist du, Junge? Wer du bist, hab ich gefragt. Tu deine Hand da weg. Was schon da? Can we füri? Miss Diana, was du bist? Ich hab ihn zu. Das ist ein bisschen. wird das mit. Weil du schon da haben. Du bist so gut, ich hab ihn zu. Du bist so gut, ich hab ihn zu. Nein, dass du bist so gut. Wir sind so gut. Das ist so gut. Wir sind so gut. Wie sagst du? Was ich in der Kamera? Du bist so gut? Ich bin der Kamera. Kamera, du Idiot! Pitch du Wallah, Pitch! Wer ist Bella? Wer ist Bella? Manchmal von Majo, nein. Spiel weiter! Kommt auch mal mehr als Klavier. Oh, ist das Massi? Ich bin mein Freund, mein Schau, wenn ich schau auf den Boden krei. Majo, falsch hier? Ja. Nein! Mit diesem Philipp irgendwas, aber... Bruder, Herz von Massi! Ey, Dicker, ihr nehmt deine Lieblingslieder, Bro. Das ist doch unser Lied. Das ist doch unser Lied. Das sagt, es gibt nichts Lied. Das ist ganzer... Tchüch, das ist kein unser Lied. Tchüch, das ist kein unser Lied. Was machst du denn? Kommt! Ey, Achtung! Marco Fono! Ich weiß nicht, ob das das ist, Digga! Sehr unprofessionell. Ich weiß nicht, ob das das ist. Sehr unprofessionell. Ich entschuldige mich. Willst du zuerst? Ja! Ja, fang an! Okay, du hast zurückgelegt, ne? Du hast zurückgelegt, aber... Ich sag... Falsche Macht. Es ist auf jeden Fall... Ich spiel vor IGB. Du bist ein Hurensohn. Tschüss! Ähm... Ja, 15 Sekunden, mach dir eine halbe Minute noch dran. Ja, tamam, tamam. Ja, das war dein Ex von... Deine Ex von Manuelsen. War ich weg. Manuelsen, oder? Haben die auch einen Deine Ex? Manuelsen. Ich kenn nur Deine Ex. Das ist egal, halt. Bruder! Ja, Bruder! Ich kenn nur das von Summer Jam mit Deine Ex. Das ist dein... Was geht ab, meine Damen und Herren? Kapital Bra, steh auf! Ja, ganz. Ich kenn dich gar nicht. Was? Digga, ich geb mir sowas nicht. Nein! Boah, das klingt miese nachher. Ein bisschen Gazi-Vibes. Nein, schlimmer. Schau lauter an Gazi, Bruder. Schau, schlimmer. Ich hab geglaubt, ich hätte tief begraben. 0-4-7. Tatsächlich einer der Lieder von Bushido, die ich irgendwie nicht kenne gerade. Kannst du dich zuordnen. Nein. Kannst du dich zuordnen. War fällig, gell? Naja. Wir sind beide... Deine Meinung, oder meine Meinung? Unsere Meinung. Jenny von Bushido. Oh, Jenny von The Block. Absolut. Absolut. Ich kann nicht verlieren. Digga, sein Schweiß rutscht ab. Ey. Mach mal VAR. Seine Namen, ne? Das ist Capital Bra mit Sherry Lady. Sehr schön. Dankeschön. Ja, Bro. Hier, komm. Du hier. Ja. Ernst oder er ist auch locker? Ernst. Also, Meryl Wolke 10 Feature. Ich glaub, John Lennon kann sein. John Lennon, alles klar. Ist richtig. Ich hab Schellen. Digga, das war doch... Das war doch Mirror von Lil Wayne. Du hast aus Respekt nicht genommen, ne? Ja, Bro. Ich bitte dich, natürlich. Ja, kann ich auch sterben. Schaut, geht raus. Egal, ich sag den Namen nicht. Okay. Tamagotchi Geräusche. Trudelmarkt. Mein Vater hat mir das jeden Sonntag gut bei Trudelmarkt. Hey, Bro, das ist deine Mucke. Klingt so nach Fahrt. Ach, Bro. Lass mal, bis ich spiele. Nein, Bruder. Mach doch nicht, bis sie erkennen. Aha. Ich muss bluffen. Bluff. Ähm, Massiv, Latifa. Was, Bruder? War Massiv richtig? Ja. Latifa. Ja, sag ich. Massiv, Latifa. Halt die Fresse. Ja. Yeah. Eminem machen wird. Machen, Alter. Dass der das kennt, wa? Machen wird. Dass der das kennt, hätte ich nicht gedacht, wa? Ja, sehr, sehr. Amina Koidumonen. Sehr, sehr scharf. Woher kennst du solche Lieder? Seit wann kannst du Englisch nicht nur wo aus? Ja, aber... Also seid ihr ready? Ja. Oh, scheiße, ich schwitze. Ich schwitze. Ich schwitze. Ich kenn das. Labyrinth James. Ich kenn das, aber ich hab keine Ahnung, wer oder was. Keine Ahnung. Das sieht kennt man, aber wer oder was. Das sieht man auf jeden Fall. Ja, ja. Aber wer oder was, die hat gar keine Ahnung. Das ist, äh, How to save a life from... How to save a life. Ah! Ich sag da. Ah, mitten! Sehr gut. Oh! Und das ist nicht old school. Old school ist old school. Das ist... Ach, Bruder, wer soll ich denn das wissen, Alter? 21 Questions, 50 Cent. Und Nate Dog. Bro! Ey, Bruder, ich hab mein erstes Handy 2013 bekommen. New York City! Girl! Bruder, mein Bruder... Mein Bruder hat einen... Und jetzt, noch will ich noch? Und jetzt, noch will ich noch? Und du... Oah! Freaky Friday! Ludicum Chris Brown! Oh, das ist überall sehr stark. Ja. Es ist überall sehr stark. Es ist überall. Amunakoy du Mohnen Ist sie okay? Schaltet nächstes Mal nicht mehr ein Also Leute, Tri hat mich herausgefordert und Tri wurde eliminiert Ihr wisst Bescheid, schaltet wieder ein, TT7 steht auf Messi